Da haben wir ja das Halloween-Jugendfeuerwerksortiment von Keller. Etwas älteres Design müsste der Vorgänger von der Geisterstunde sein, was es dann aktuell und auch schon einige Zeit immer im Netto gibt zu Halloween. Boah, fangen wir mal an, ne? Auch wenn wir heute nicht Halloween haben. Egal. Egal. Hallowin. Hallowin. Hat mir letztes Jahr ein Kollege geschrieben Happy Halloween und Halloween mit E. Das hat schon wehgetan. Ah, nee. Na, den hätte er nochmal. So, womit fangen wir denn an? Praktikant entscheide du. Fangen wir oben an. Geisterstunde. Geisterstunde, jawoll. Nicht Kraft machen. Nein. Obwohl, ist er noch praktikant. Ich weiß es gar nicht. P1, Zulassung, Hashless Red Lantern. Einführlich. Fkw. Oh, und die sehen aber noch ganz schön aus. Ja. Mit dem alten Pinselstrich-Logo, ne? Machen wir mal. Standesgemäß mit dem Lurch. Mit dem Lurch, wie immer. Die könnten auch ganz gut sein. Aber die Farbe ist sehr intensiv. Durchaus. Machen wir mal weiter. Das war nix. Schon besser. Aber kaum anders als heute, ne? Ah ja. Die zweite Packung, sparen wir uns die oder machen wir die jetzt auch noch? Ach, können wir das später machen. Können wir das später machen. Können wir das später machen. Dann nehme ich einfach mal hier die Bodenkreise mit... Ach, das sind Silberwirbel. Alien Fire. Jawoll. Dann kann man es auch gleich ganz ausschütten. Schönes Design, ne? Ja. Ja. Fred Lantain. Wollte unser neuer Praktikant nichts dazu sagen. Genau, wie du explodierst du. Ah ja. Okay. Ah, solche. Ja, ja. Genau. Wirbel. Na ja. Gut. Ja. Na ja, gut. Ah ja. Ah, schade. Na ja. Na ja, das war jetzt... Horrorhaus. Blinker. Die könnten noch relativ gut sein, ist natürlich jetzt noch ein bisschen heller, aber was soll's. Auch Red Lantern. Die Schlauze sind nicht wie bei mir. Ja, genau. Klappt gut. Das passiert auch oft, wenn du's nicht aufkriegst. Ah, was. Oh, die sind aber relativ intensiv noch, ne? Machen wir ein paar mehr. Relativ lange blinken die dafür, dass sie klein sind. Ja, die Brennauer ist ganz gut. Ja, die Brennauer ist ganz gut. Wunderkerzen und Knallerbsen wollen wir wahrscheinlich auch unbedingt sehen. Ja, klar. Dringend. Ah ja, Abgabeempfehlung zwölf Jahre. Guck mal. Guck mal, der Sonnertag ist aber schön. Einmal ganz kurz. Ja. An Halloween, ne? Ja. Was machen wir jetzt als Halloween-Special, wenn wir das Halloween-Sortiment jetzt machen? Gibt's kein Halloween-Sortiment. Scheiße. Fällt dieses Jahr aus. Soll ich da jetzt einfach mal so... Ne? Ich glaub, äh... Schönes Lagerfeuer. Ja. Hat jemand Marshalls dabei? So, jetzt kommt das Beste aus dem Sortiment, ne? Die Mystery Balls. Die Knatterbälle. Das sind die besten, ja. Darf ich einmal ganz kurz da hin, Praktikant? Wolf. Oh. Ui! Oh, ue! Oh. Oh, siehst Du, dass die so gut sind. Ey! Boah. Boah. Leck mich, ALARsch! Boah! Eieieiei... Die sind besser, wie die von Funke, wa? Ja. Geil. Das ist eine Ansage. Oha. Wir machen ja testweise einen von den Kugelblitzen zum Vergleich von Funke aktuell. Oder zwei. Ne, drei nicht. Kennst du die schon Praktikant? Die Funke. Die jetzt gerade die beiden Kugelblitzen. In die Botanik. Nicht ganz, ne. Dann machen wir jetzt die anderen Mystery Balls weiter. Die machen wir auf jeden Fall beide. Die waren wirklich gut. Also das Set bisher war... Ja, aber die Blitzkrettabelle hier, die machen wir direkt wieder wett. Ich auch. Wie sind es hin? Kickt das hin. Eins? Eure Spielchen. Einmal Zündung. Alter. Praktikant. Ja. Der war schwächer. Anderer Praktikant. War auch schwäschig, gell? Ja, aber insgesamt. Und zur Vollständigkeit halber machen wir den Rest jetzt doch noch. Knallerbsen aufs Lag weg. Toll Distanz. Aufschlag. Jetzt schlacht. Das kann man ja jetzt schon abbrechen, wenn man das nicht sehen will. Ja. Dafür sind wir doch alle hier. Oh Gott. Scheiße. Eieiei. So, und die Wunderkerzen? Aufschlag. Aufschlag? Ja, aufschlag. Hier so reingesteckt ist hier. Hier sind auch noch welche drin. Ja. Ah ja, die können wir gleich noch machen. Die können wir gleich noch machen. Hier so in... Ja. Dann müssen wir da wohl noch ein Stück weg gehen, oder? Oder wir gehen hier drüben hin. Hat jemand ein Feuerzeug? Ja. Am besten den Lurch dafür. Ach so, oder? Ja. Ein bisschen? Kameramann holt den Lurch. Einen Moment. Ah, ist doch. Ja. Kannst du da auch noch mal rein lurchen? Ja, doch. Ja, das ist schön. Yay. Juhu. Super. Oh, der wird schon hell. Ja, jetzt brennt der Boden. Seine Einzelnen noch. Ja, gut. Wunderschön. Ja, machen wir die noch. Ja. Ja, schon. Machen wir die noch weg hier. Ach, das sind die. Die Brummer, genau. Brummer. Nein. Nein. Oh, schon mit dem Sonnenuntergang. Super Kunst. Kommt der letzte. Ja. Tschüss. Gut. Joa. War's das, ne? Joa. Hopp, damit können wir gut beenden. Ja. 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 Ja.